Und damit Willkommen zu einer großen Runde Spaß und seit gebaltem Spaß mit dem guten alten Space Carrette Pinball. Ja, das wird ein Zusammenschnitt. Ja, wir müssen angefangen an. Ich habe das Wurmloch geöffnet. Das Wurmloch ist geöffnet. Oh, scheiße. Ja, das fängt ja gut an. Ja, außen man ist jetzt schon wieder dicht. Ich hasse es. Nein, wir haben eine Wiederholung gewonnen. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wow, das war verdammt knapp. Und Auftrag. Ähm. Und Reflexus. Jawohl. Ah, das ist jetzt. Und wir haben so. Wow, wir haben in den Kassau. Das Wurmloch wurde geöffnet. Ja. Wir haben, wir haben den Auftrag ausgeführt. Erfolgreich. Und, ja, öffnen. Daraufhin erst mal das Wurm. Nein. Nein. Komm jetzt aber. Hyperspace-Bonus. Ahm. Nein, nö. Oh, Gottes Willen. Ah, super ey. Fuck. Wir haben noch geöffnet. Hyperspace-Bonus. Busch. Check-Pot. Geh, geh du. Och, Mann. Wow. Och, komm schon. Wieso ist die Hausmann schon wieder dich? Toll. Wir werden so sterben. Und so zweitausmann ist auch noch dich. Ach, danke. Ey. Wir haben Auftrag. Beleidungsstufe 1. Oh, ja, 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 ja. Oh, Gott, oh, Gott. Wow. 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 Nein. Boah, echt. Wow. Hyperspace-Bonus. Jackpot. Oh, Deus. Joe Parks. Ho,icky. 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 Ho,ских podeist. Au. Also. Äh, Multiplikator spiel. Ähh, toll. Wurmloch! 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 Oh, das geht besser. Wurmloch! 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 Da ist er. Oh, shit. Moment mal. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Oh, scheiße. Nein. Hyperspace-Bonus. Komm schon. Trink 17. Ja, es hat geklappt. Freier Feldmultiplikator. Was ist jetzt eigentlich dann auf... Och, komm schon. Highscore. Oh, ich bin dritt. Äh. Äh. Hyperspace-Bonus! Äh! Check-Pod. Wurmloch! 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 Hunter Post! Thunder Posten. Oh, Gott! Scheiße. Wir haben den Spezialauftrag. Wir müssen jetzt diese gelben Dings noch treffen. Oh, ist das eigentlich gar immer so scheiße. Gleichzeitig über den Hyperspace eventuell ich hab doch den mittelfrost nicht ohohohoho warum noch kommt ja genau zum Beispiel beginnt und nein oh cool die roten leuchten sind die coolsten und jetzt will ich in Hyperspace mal mit der abschlussnahme wieder frei weil ich werde Hyperspace bonus haben ohohoho was ein dusel dass ich gerade reingemacht habe auch komm schon boah echt jetzt ja ja was war das denn jetzt gerade nein jawohl endlich ey das klappt aber gut mit dem rechten Pinöpel jawollo leichter stink Hyperspace oh man und schon hätten wir den Auftrag von vorhin ausgeführt ist das nicht herrlich oh hoppala ich hab aus gesehen gerade den Fisch äh gerämpelt Hyperspace bonus und noch geöffnet noch mal jackpot es hat geklappt nice wir haben eine wiederholung gewonnen und die werden wir auch schon einsetzen ich glaube ich sollte einmal nicht auftanken sehr gut sehr gut gleich haben wir nice wir sind wieder am Rang aufgestoßen jetzt Hyperspace bonus für eine extra Kugel schade ach so wir müssen die Attack Bomber upgraden mit dem Pfosten äh Wurmloch bitches äh jawoll da ist die extra Kugel jawoll nice wir haben den Auftrag ausgeführt und ein Wurmloch und unser Mittelpfosten wieder verloren und nochmal ein Upgrade rausgehauen und unser Schiff aufgetankt wird was sagen wir holen es jetzt gleich wir haben den Auftrag das müssen wir jetzt machen ich glaube der Auftrag heißt einfach nur Ziele auf Deutsch ja das ist machbar komm schon yeah ba bum wir haben eine Wiederholung gewonnen Wurmloch vor dem Wind ey ey wie geil ist das gerade ey ich hab jetzt schon 6 Millionen im Score aber noch eine Wiederholung und noch eine extra Kugel vom Hyperspace Bonus die heilige Scheiße es geht gerade so richtig ab hier und wir haben wieder unseren Mittelpfosten ich muss tanken oh fuck wir müssen wieder hoch nochmal ein extra Ball coole Sache oh geile Scheiße haben wir jetzt zwei extra Kugeln ich weiß es ehrlich gesagt nicht sehr gut zwei noch nein geht geh hoch du scheiß Ball oder von mir ist ein Wurm noch ich hab jetzt keine Ahnung mehr was jetzt passiert auf jeden Fall holy schick ist das gut so auf jetzt ja jetzt ist glaube ich wieder der letzte Ball den wir haben ich würde ganz gerne ehrlich gesagt noch mal eine extra Kugel haben oh man das war's mit der wahrscheinlich bestem Nummer des Lebens ich werde das nie wieder schaffen haha yo ich glaube dabei belasse ich es aus das wird nicht mehr besser ich denke viel zu gucken bis zum abonnieren nicht vergessen und bewertungen und keine Ahnung jetzt haben wir den ganzen Highscores hier unten im Feld das ist schon cool nö egal ciao